Was ich Ihnen jetzt erzähle, kann für Sie sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Es kann Leben bedeuten oder Tod. Wenn ich jetzt erzähle, dann bin Sie involviert. Nein! Ja, schießen Sie los. Haben Sie schon mal etwas von den 39 Stufen gehört? Was ist das? Eine Cocktailbar? Oh, shit wie shit. Es gibt 20 Millionen Frauen auf dieser Insel, aber nein, ich muss ausgerechnet an Sie gekettet sein. Das ist ja köstlich, köstlich. Ich würde ja so schnell wie möglich vor mir davonlaufen, wenn ich Sie wäre. Oh nein, können Sie ja nicht. Na ja, dann gute Nacht. Das ist er. Das ist er endlich. Danke. Oh! Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017